Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es hier auf dem Kanal schon die erste Verlosung in der neuen Leder, doch zuerst noch ein paar Kurznachrichten. Der Bug mit den Thunder Charms, den ich im letzten Video gezeigt habe, wurde noch am Freitagabend gefixt. Die bereits gedroppten Charms wurden dir noch unberührt gelassen, daher habe ich nun nicht nur einen von jeder Sorte für mich, sondern auch einen von jeder Sorte zum Verlosen. Am Samstag habe ich dann wie geplant mit den UT-Vorbereitungen begonnen und bin am Abend auch noch 5 Mal über Tristram gelaufen. Die Keys haben wir uns dafür sowohl gefarmt, als auch zusammen getradet. Die erste Fackel ist eine 2011 Dudu Torch geworden und wurde verschenkt. Während ihr euch nun unseren ersten UT-Run der Leder anschaut, könnt ihr ganz nebenbei Hashtag Sunda in die Kommentare schreiben, um an der Verlosung teilzunehmen. Einer von jeder Sorte wird wie gesagt verlost, die Verlosung endet am kommenden Donnerstag, den 13.10. Heute Abend wird auch noch etwas gestreamt, ich weiß noch nicht genau wann, aber schaut einfach gegen 19 Uhr mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich wünsche euch viel Glück bei der Verlosung und möge der Loot mit euch sein. Jetzt holt's raus meine 20-20, ach, schaut was. Es ist mir noch nie passiert, dass ich einen Übertrustramm-Knochengefängnis verpasst bekommen habe. Das ist ja nicht so. Ja, das war die Frage. Ich gebe alles schon fast tot. Ich gebe alles schon fast. Ich gebe alles schon fast. Ich gebe alles schon fast. Kommt schon. Folgt mir. Untertitelung des ZDF, 2020